Wenn jetzt Christian Lindner ein Talking Point raushauen möchte, dann ruft er, glaube ich, wahrscheinlich einfach beim Axel Springer Verlag an und sitzt demnächst bei BILD TV in der Sendung. Wahrscheinlich hat er sogar die Möglichkeit, das bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso zu machen. Und die Linken, die müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr darum kämpfen, eine gewisse Aufmerksamkeit aufzubauen, oder? Das stimmt, aber Christian Lindner, finde ich, ist ein nettes Beispiel. Er ist ja auch mit einer Journalistin verheiratet. Okay, das war nur ein kleiner Seitenhieb. Wir müssen natürlich, da hast du, wie ich finde, völlig recht und das ist auch klug beobachtet, wir müssen natürlich versuchen, unsere politischen Botschaften nach außen zu tragen. Anders wären sie ja nicht relevant. Und wenn sie niemand vernimmt, das heißt, wenn wir keine Öffentlichkeit finden, dann müssen wir sozusagen, ehrlich gesagt, auch nichts sagen. Aber natürlich geht es deshalb darum, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, um diese Öffentlichkeit zu erreichen. Hi, Martin. Hi, Dana. Du bist Martin Schirdewan, du bist Vorsitzender der Linken. Und ich glaube, die meisten werden dich kennen, die meinen Stream verfolgen, gehe ich davon aus. Aber trotzdem wäre es einfach cool, wenn du einmal darlegen kannst, was macht eigentlich so ein Vorsitzender? Ja, was ist denn eigentlich deine Funktion? Weil man hört eventuell ab und zu mal seltener von dir, aber wir haben auch schon das ein oder andere Sommerinterview oder einen anderen Auftritt von dir auch im Stream verfolgt. Ja, alles klar, gern. Na, du sagst es ja, ich bin Co-Vorsitzender der Partei Die Linke, Co-Vorsitzender, deshalb, weil ich mir dieses Amt sehr vertrauensvoll mit der anderen Co-Vorsitzenden Janine Wissler teile. Und was macht man so als Parteivorsitzender, wenn man nicht gerade mit dir zum Beispiel im Stream ist und so weiter? Dann ist man eigentlich so ein bisschen Mädchen für alles, würde ich sagen, was die Partei betrifft. Und das heißt natürlich öffentliche Repräsentanz der Partei, also tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, in Interviews auftreten, Positionen der Partei dort nach außen tragen, durchargumentieren, möglichst natürlich an Zustimmung in der Gesellschaft gewinnen. Aber das hat natürlich auch ganz viel was mit Organisationsentwicklung zu tun, mit Kontaktpflege in die Landesverbände, in die Kreisverbände. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir natürlich auch als Partei, und wir sind ja eine große Partei, mit 50.000 plus Mitgliedern, dann entsprechend an Mitgliedergewinnung arbeiten, an, wie gesagt, Organisationsentwicklung, aber auch administrativen Aufgaben und so weiter. Also Öffentlichkeit, strategische Entwicklung, politische Themen nach außen setzen, Mitglieder für die Leute da sein, mit ihnen reden und so weiter und so fort. Das umreißt es so ein bisschen, würde ich sagen. Du bist ja genau für uns die richtige Person, weil bei uns geht es sehr viel immer um, wie kann ich Menschen näher an linke Politik bringen, wie muss man da am besten kommunizieren. Sehr viel spreche ich da auch ganz gerne einfach, ich sag mal, teilweise polemisch, sag ich mal, über Marketing. Was für ein Marketing brauchen wir, damit wir mehr Menschen für linke Politik gewinnen? Und da habe ich natürlich hier die Möglichkeit, das auch direkt für mich so auszuprobieren. Und ja, aktuell sieht es bei den Linken natürlich eher schlechter aus. In Umfragen, da kratzt man dann immer so an der 5-Prozent-Hürde. Da ist es garantiert jetzt auch nicht so super, dann Vorsitzender zu werden, aber vielleicht auch mal eine Challenge, vielleicht auch mal eine Herausforderung. Ist das eine Situation, wo man sich mal denkt, okay, jetzt versuchen wir mal was anderes zu machen oder lieber das, was immer funktioniert hat, nochmal wiederholen und versuchen, das vielleicht ein bisschen besser zu machen oder ein bisschen mehr davon zu machen? Also geht man da auf Nummer sicher oder sagt man sich, okay, jetzt haben wir eigentlich die Chance, da auch mal vielleicht ein paar Risiken einzugehen? Ja, das ist eine spannende Frage, finde ich tatsächlich, Dara. Ich mache den Job ja jetzt seit 10 Monaten und du schilderst das ja ganz zutreffend. Wir sind natürlich in Umfragen im Moment nicht da, wo ich die Partei gern sehen würde. Ich finde, ehrlich gesagt, dass man gerade in so einer Situation tatsächlich ziemlich genau gucken muss, was funktioniert in der politischen Kommunikation, was funktioniert mit dem Branding der Partei, wo stimmt es mit dem Image, wo stimmt es nicht. Dass man die Dinge, die funktionieren, natürlich weiterentwickelt und stärkt, ist klar, aber ich glaube auch, dass wir in einer Situation sind, wo es darum geht, auch durchaus mal etwas Neues zu probieren. Oder bestimmte Ansätze, die wir uns überlegt haben, zum Beispiel in der politischen Kommunikation, auch weiter zu verstärken. Ich kann ja das mal mit einer kleinen Anekdote im Grunde genommen bebildern. Ich habe mal jetzt vor kurzem, aber das war in einer anderen Situation, mit Alexis Tsipras zusammengesessen, so vor ein paar Monaten in Brüssel. Und da habe ich ihn so gefragt, wie ist denn eigentlich eure Strategie jetzt, wenn ihr in die Wahlen geht? Du hast keine Einwürfe, das ist praktisch der Chef der Linken in Griechenland. Ah, exakt, ja, genau, du hast recht, das ist der Chef der Linken in Griechenland. Die haben jetzt demnächst Wahlen und er war mal Ministerpräsident in Griechenland und hat jetzt so gute Aussichten, dass er eventuell wieder Ministerpräsident würde. Die wählen im Mai die erste Runde und da guckt er mich so an und meint halt auf meine Frage, wie ist denn eure Strategie? Da guckt er mich so an und sagt, naja, meine Strategie ist zu gewinnen. Und das fand ich sehr überzeugend, als Konzept tatsächlich offensiv natürlich in der politischen Kommunikation aufzutreten, um einfach wirklich Mehrheiten der Gesellschaft zu gewinnen. Und ich glaube, für uns heißt das aber in der Situation, in der wir sind als Linke, dass wir sehr genau gucken, welche aktuellen gesellschaftlichen Konflikte herrschen. Also Beispiel zum Beispiel die explodierenden Nahrungsmittelpreise und dass wir an der Stelle mit einer klaren, deutlichen politischen Botschaft, also erstmal Mehrwertsteuer runter und gleichzeitig perspektivisch dafür sorgen, dass es einen Lebensmittelpreisdeckel gibt, damit die Leute einfach genug zu essen haben am Ende des Monats, in den politischen Prozess eingreifen und das aber auch mit einer, wie ich finde, Konfliktorientierung und einer Gegnerorientierung verbinden. Das heißt, die Leute können sich zwar das Essen nicht leisten, weil die im letzten Jahr über 20% teurer geworden sind, aber das, was da sozusagen dann obendrauf verdient wird, das kommt alles bei den wenigen Nahrungsmittelkonzernen an. Und ich finde, das muss man benennen. Also die Armut hat sozusagen eine Kehrseite, nämlich diesen obszönen Reichtum. Das ist so eine Art und Weise, wie wir jetzt anfangen, stärker auch zu kommunizieren, also konfliktorientierter, gegnerorientierter, klaren politischen Forderungen, um einfach unser Profil zu schärfen und auch unser Image als eine Partei zu schärfen, derjenigen, die an der Seite der wirtschaftlich Schwächsten, der Armen, der Verletzlichen in der Gesellschaft steht. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Ja, da geht es natürlich auch viel darum, okay, ich muss Talking Points rausbringen. Ich brauche auch irgendwo das Megafon, damit ich überhaupt meine Message unter die Leute bringe. Welche Gelegenheiten und welche Möglichkeiten hat denn da die Linke? Weil wenn jetzt Christian Lindner einen Talking Point raushauen möchte, dann ruft er, glaube ich, wahrscheinlich einfach beim Axel Springer Verlag an und sitzt demnächst bei BILD TV in der Sendung, wird dann interviewt. Wahrscheinlich hat er sogar die Möglichkeit, das Ganze bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso zu machen, weil da ist er garantiert auch ein gern gesehener Gast. Und die Linken, die müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr darum kämpfen, eine gewisse Aufmerksamkeit aufzubauen, oder? Das stimmt, aber Christian Lindner, finde ich, ist ein nettes Beispiel. Er ist ja auch mit einer Journalistin verheiratet, wollen wir nicht vergessen, an der Stelle, die bei, wenn ich richtig informiert bin, Welt TV arbeitet. Aber okay, das war nur ein kleiner Seitenhieb. Nee, wir müssen natürlich, und da hast du, wie ich finde, völlig recht, und das ist auch klug beobachtet, wir müssen natürlich versuchen, unsere politischen Botschaften nach außen zu tragen. Anders wären sie ja nicht relevant. Und wenn sie niemand vernimmt, wenn niemand weiß, was wir sagen, das heißt, wenn wir keine Öffentlichkeit finden, dann müssen wir sozusagen ehrlich gesagt auch nichts sagen. Aber natürlich geht es deshalb darum, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, die wir auch haben, um diese Öffentlichkeit zu erreichen. Ich fange mal an jetzt zum Beispiel mit dem netten Format, was wir hier haben, aber ich erweitere das mal auf den ganzen Social-Media-Bereich, dass wir uns da natürlich weiterentwickeln. Als Partei ist auch klar, wir haben ganz gute Followerzahlen auf verschiedenen Kanälen und so weiter und verschiedene Plattformen. Das ist gut. Also wir versuchen da eine direkte, unmittelbare Ansprache in Zielgruppen hinein, aber andererseits brauchen wir natürlich auch große Medienmomente. Und das funktioniert tatsächlich, indem man, du sagst es ja, so einen Talking-Point irgendwie setzt, also worüber Leute auch aufmerksam werden, worüber sie vielleicht stolpern. Und ich sage mal, ich habe ja mich zum Beispiel, ich bin da wirklich einer der wenigen auch dafür ausgesprochen, dass man versteht, dass man Verständnis hat für die sogenannten Klimakleber, weil ich finde, dass sie auf ein richtiges Problem hinweisen, nämlich den Klimawandel. Und die dreifeln halt zu drastischen Maßnahmen, aber das jetzt zu verurteilen und damit den ganzen Klimaschutz und Klimaschutzpolitik in Abrede zu stellen, das halte ich für falsch und das hat ziemlich gut funktioniert, dass ich im Grunde genommen mich solidarisch erklärt habe mit deren Anliegen, aber ich muss nicht jede einzelne Aktionsform okay finden, aber mit solchen Sachen kommt man ganz gut in die Medien. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, Talking-Point, Verbot von Privatjets. Das funktioniert deshalb, weil Superreiche einen ökologischen Fußabdruck haben, der eine Million Mal höher liegt als der von einem armen Menschen. Also durch die Produktion von dem ganzen Reichtum und so weiter und so fort, durch die Privatjets, Luxusjachten, also auch den Lebensstil. Und ich finde, da muss man rein und da ist auch diese Konfliktorientierung, von der ich vorher gesprochen habe, präsent. Und das sind so ein paar Beispiele. Ganz wichtig ist aber auch im sozialpolitischen Bereich zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche zu fordern, also einfach auch darauf einzugehen, dass sich Arbeits- und Lebensverhältnisse ändern, zum Beispiel durch die Digitalisierung. Und da einfach wirklich mit klaren Punkten dann so durchzuschlagen, dass die Medien auch gar nicht anders können, als darauf einzugehen. Und es gelingt uns natürlich nicht so oft wie einer riesig großen Partei, jetzt wie der Union oder so, die im Moment in Umfragen fast bei 30 Prozent stehen, aber dafür machen wir hier eigentlich einen ganz guten Job. Also Janine und ich als die beiden Parteivorsitzenden, wir tauchen doch schon hin und wieder mit, wie ich finde, sehr pointierten politischen Forderungen auch in den Medien auf. Ja, also Janine Wissler hat uns vor kurzem bei Hard, aber Fair sehr gut gefallen. Also da hatten wir auch praktisch nur Lob für sie, weil sie da in eine starke Konfrontation gegangen ist und auch gleichzeitig wirklich die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt gesagt hat. Und genau das wünsche ich mir. Und da bin ich auch sehr froh inzwischen, dass es euch da an der Spitze der Partei gibt. Und ich kann euch natürlich auch sagen, als jemand, der mittendrin ist in dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie, ja, wenn die Leute hinschauen sollen, dann muss man Konflikte leider vom Zaun brechen. Und diese Konflikte gibt es aber, wir dürfen das ruhig machen, mal härter gegen Institutionen und auch gegen Parteien und auch gegen andere politische Gegner sozusagen in einem demokratischen Spielraum zu gehen und zu sagen, so, das macht ihr nicht richtig, das finden wir nicht richtig, da läuft was schief und hier ist unser Konzept, womit wir dagegen stänkern. Und das, was aber sehr tragisch ist, wo ich so das Gefühl habe, okay, das analysiert die Linke vielleicht falsch, ist, dass vieles, was die Linken fordern, kommt nicht bei den Leuten an, weil die Denkweise, die grundlegende Denkweise bei vielen Menschen ist im Sinne, ja, ich möchte ja es selber schaffen, ich möchte ja einfach hart arbeiten und damit meinen Lebensunterhalt verdienen und jetzt kommen die Linken und versprechen mir eine höhere Rente, ein höheres Gehalt, Umverteilung und das ist ja eine Hilfe. Damit kann ich mich, wenn ich das ja offen sage, dass ich dafür bin, dann werde ich doch am Essenstisch mit meiner Familie oder mit Freunden, die sagen mir doch, du bist aber ein Sozialschmarotzer, also streng dich halt mehr an und dann läuft das doch. Du musst nur das richtige Mindset haben und musst nicht da die Linke vielleicht auch diese Narrativen, diese grundlegenden Narrativen, die es in unserer Gesellschaft und der Wirtschaft gibt, mal viel stärker angreifen, dass es nicht darum geht irgendwie, wir schenken euch was noch obendrauf, sondern wir sorgen dafür, dass ihr überhaupt erst mal das bekommt, was ihr euch auch erarbeitet habt. Ja, finde ich total richtig. Und wie gesagt, das ist auch Bestandteil unserer Überlegung, wie man gegnerorientierter, konfliktorientierter kommuniziert nach außen, aber das auch mit einem Grundverständnis davon, wie vor allem auch Wirtschaft organisiert ist im Moment. Also der Nahrungsmittelpreisanstieg, den habe ich ja schon erwähnt, der hat natürlich damit zu tun, dass die Konzerne im Moment die Preise nach oben treiben. Das ist nachgewiesen, das ist eine Gierflation, die da stattfindet und die kriegen einfach die Taschen nicht voll genug und die Leute müssen dafür jeden Tag im Supermarkt zahlen. Das ist eine echte Sauerei. Und da muss man natürlich diese Gegnerorientierung dann in Richtung der Konzerne auch lenken und sagen, na deren Gier, also die Gier der großen Aktionäre und Aktionäre führt dann an dieser Stelle dazu, dass letztendlich in Deutschland jetzt zwei Millionen Menschen jeden Monat darauf angewiesen sind, sich an den Tafeln zu ernähren, weil einfach die Knete nicht reicht. So und das ist ein Zusammenhang, also wirklich ein gesellschaftlicher Zusammenhang, der da aufgezeigt werden muss. Ich nehme mal noch ein anderes Beispiel, der hochaktuell gerade ist. Wir diskutieren gerade im Europäischen Parlament darüber und ich finde, das ist ein so unglaublicher Vorschlag, also der skandalös noch unnöcher, man bringt mich tierisch auf die Palme, dass die Kommission jetzt vorgeschlagen hat und die Mitgliedstaaten das unterstützen, dass es ein Programm geben soll, das heißt ASAP. Also ASAP, erst zu und erst possible, so schnell wie möglich. Und warum geht es, dass da hunderte Millionen von Euro von öffentlichen Geldern an die Rüstungsindustrie gegeben werden, damit mehr Munition produziert werden kann. Die Rüstungsindustrie ist aber gerade die Industriebranche, die angesichts dieses fürchterlichen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine absolute Rekordgewinne einfährt. Das heißt, die offizielle Erklärung lautet, die sollen ihre Produktion von Munition verbreitern können und dafür brauchen die Geld. Dann sage ich, aber Leute, die fahren doch Rekordgewinne gerade ein, weil das sind die Kriegsgewinner und dann wollt ihr denen noch Millionen und Milliarden sozusagen an öffentlichen Subventionen in den Rachen schmeißen in Zeiten einer sozialen Krise, wo die Leute nicht wissen, wie sie ihr Licht anstellen sollen oder eben den Tisch noch vollkriegen sollen mit irgendwie halbwegs gesundem Essen. Das stimmt auch vorne und hinten nicht. Ich bin eher der Ansicht, dass man die Krise- und Kriegsgewinner, die von solchen, ich sage mal, auch wirklich weltpolitischen Katastrophen wie diesem Angriffskrieg verdienen, also daran verdienen, dass man die eher zur gesellschaftlichen Verantwortung zieht, die Übergewinne abzieht, also dort eben tatsächlich die Übergewinne besteuert und damit versucht, die soziale Krise zu bekämpfen, die unter anderem ja auch mit durch diesen Krieg befeuert wird. Also der Energiepreisanstieg ist ja sozusagen zum Teil auch eine Folge dieses Angriffskrieges und da muss man einfach ganz klar die gesellschaftlichen Zusammenhänge benennen und da muss man eben dann auch deutlich machen, dass einerseits herrschende Politik da in die völlig falsche Richtung geht und andererseits aber auch ökonomische Machtstrukturen wie zum Beispiel bei den Nahrungsmittelkonzernen oder den Energiekonzernen dazu führen, dass den einfachen Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird und auf der anderen Seite irgendwelche wenigen Superreichen in Parallelgesellschaften, ob sie in einem Reichtum ihr Leben verbringen können und da muss man, hast du völlig recht, konfliktorientiert und in aller Klarheit reingehen und diese Missverhältnisse auch so benennen, dass die Wurzel, also der Ursprung dieser Missverhältnisse deutlich wird. Gerade in Berlin, da konnte beispielsweise die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ziemlich viel Boden gut machen, dann auch bei einer Volksabstimmung dann zumindest eine Mehrheit von 57 Prozent oder was waren das, dazu bewegen, dass sie für die Enteignung stimmen. Wäre das nicht auch ein Modell, was man anwenden könnte, was man auch propagieren könnte gegenüber Rüstungskonzernen in der aktuellen Zeit, dass man da einfach sagt, ja die Dinger sollten eigentlich auch unter demokratischer Kontrolle stehen oder beißt sich das mit einer Ansicht, die viele Linke haben, ja eigentlich sollten wir gar keine Rüstungskonzerne haben, eigentlich brauchen wir gar kein Militär, weil das sorgt ja für Frieden am Ende und man würde sozusagen sich damit dann als Linker ein Eigentor schießen, weil ich finde dann, ja wir schöpfen jetzt hier die Übergewinne ab oder so, das finde ich ja schon fast so ein bisschen noch zu läppsch. Ja ich finde, es ist erstmal ein erster und guter Schritt, ehrlich gesagt, an der Stelle, aber ich verstehe, was du meinst. Letztendlich geht es natürlich darum, dass wir eigentlich tatsächlich eine Weltfriedensordnung brauchen, die im Grunde genommen nicht auf Aufrüstung, Militarisierung basiert, sondern auf Gegenseit der Verständigung und im Grunde genommen auf einer friedlichen Koexistenz, das ist natürlich im Moment wirklich eine große politische Herausforderung. Da muss man auch ganz ehrlich einfach sein, weil wir ja auch erleben, wie die Spannungen zum Beispiel zwischen China und den Vereinigten Staaten zunehmen, ja erleben diesen Krieg in Osteuropa, in der Ukraine und so weiter und so fort. Natürlich sind die Menschen verunsichert. Ich finde trotzdem, dass es genau richtig ist, an der Stelle über Frieden und Abrüstung zu reden, über Diplomatie, weil der Frieden natürlich nicht mit Waffen gewonnen wird, sondern der Frieden letztendlich tatsächlich, also ein stabiler, dauerhafter und gerechter Frieden, tatsächlich über eine kollektive Sicherheitsordnung gewonnen wird. Das war auch mal Grundverständnis von Politik, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind wir im Moment weit von entfernt und dass ich überhaupt keine Sympathie für Rüstungskonzerne habe oder dass unsere Partei keine ausgeprägte Sympathie für Rüstungskonzerne hegt, das ist ja, glaube ich, auch allseits bekannt. Da gab es ja auch ein paar schöne Aktionen, zum Beispiel vor der Konzernzentrale von Rheinmetall. Rheinmetall ist ja die große Waffenschmiede in Deutschland oder mit in Europa. Die sind gerade in DAX aufgestiegen, also im deutschen Aktienindex, wie gesagt, 2022 Rekordgewinne gemacht. Jetzt für 2023 werden auch Rekordgewinne erwartet. Da muss man einfach sagen, so nicht, liebe Freunde. Und Politik hat da eine ganz andere Verantwortung und da liefert die Bundesregierung, da liefert die Ampel einfach gar nichts ab an der Stelle und da muss man sie auch frontal, wie ich finde, challengen. Und das machen wir aber auch. Das versuchen wir zumindest kommunikativ zu machen. Ja, ich glaube, hier so, ich weiß nicht, ich will uns jetzt nicht die Jüngeren nennen oder so, weil natürlich fehlt mir auch so manchmal der Überblick, so wie ist denn das mit, wie ist denn aktuell der Stand in der Jugendorganisation oder bei sehr jungen Linken, weil ich da auch schon sehr, sehr lange sozusagen aus dem Aktivismus auf der Straße teilweise raus bin. Aber ich glaube, ich zum Beispiel könnte mich sehr gut mit staatlichen Waffenherstellern anfreunden inzwischen, weil ich mir denke, okay, natürlich können wir davon träumen, dass wir den Krieg ohne Waffen gewinnen, aber das muss ja von beiden Seiten ausgehen. Und wenn die eine Seite Putin in dem Fall nicht mitzieht, ich glaube dann sehr wohl, dass irgendwann ein Krieg auch mit Waffen gewonnen werden kann und gewonnen wird. Und dann wird das natürlich alles mit Friedensverhandlungen und so weiter enden. Aber ich sehe das tatsächlich nicht mehr, dass wir rüsten ab und plötzlich hat die Gegenseite ein Einsehen. Ja, dann lassen wir es jetzt auch. Ja, ich meine natürlich perspektivisch müssen wir doch trotzdem darüber nachdenken, wie eine Friedensordnung aussieht. Und du hast ja recht damit, dass natürlich in einem Krieg, in einer kriegerischen Situation Waffen eine Rolle spielen. Das erleben wir ja gerade. Und die Realität nicht anzuerkennen, wäre ja auch völlig naiver an dieser Stelle. Und trotzdem hat die Partei ja mehrheitlich für sich aus den verschiedensten Gründen, also aus, sagen wir mal, pazifistischen Gründen, also der pazifistischen Herkunft oder der deutschen Geschichte und so weiter und so fort, die Mehrheitsposition, dass wir Waffenlieferungen ablehnen. Auch einfach deshalb, weil natürlich immer weitere Waffenlieferungen durchaus auch zu einer sehr gefährlichen Eskalation dieses Krieges beitragen können. So, und diese Diskussion wird in der Gesellschaft geführt, diese Diskussion wird in der Partei auch geführt. Deswegen ist eigentlich die politische Aufgabe an dieser Stelle, finde ich, wirklich Druck auszuüben, dass Putin eben auch in dieser Kriegssituation an den Verhandlungstisch gezwungen wird. Es gibt ja auch Verhandlungen, die laufen, Getreideabkommen zum Beispiel, Gefangenenaustausche und so weiter und so fort. So, und darauf muss man aufbauen und dann muss man diese Verhandlungen so ausdehnen, dass letztendlich, ich sage mal, in der nächsten Stufe zivile Infrastruktur, Hospitäler, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort, aber auch Atomkraftwerke etc., dass es Sicherheitszonen sind und dann darüber aufbauen, möglichst einen Waffenstillstand zu erreichen, der da natürlich in Verhandlungen, Friedensverhandlungen mündet, die da dann natürlich das Ziel auch haben müssen, dass der Aggressor sich aus der Ukraine zurückzieht und so. Also ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Der eigentliche Punkt ist halt tatsächlich, dass wir darüber nachdenken müssen und auch klug darüber nachdenken müssen, wie eine Friedensordnung in der Zukunft aussehen kann. Und ich habe ja noch einen anderen Konflikt benannt, nämlich den um die Hegemonie zwischen China und den USA, also um die Welthegemonie. Das ist auch ein verdammt gefährlicher Konflikt. Und da müssen wir einfach irgendwie anfangen, nicht nur als Linke, sondern insgesamt, ich sage mal, als deutsche Politik, europäische Politik, Antworten zu geben, wie eine stabile, multilaterale Weltfriedensordnung aussehen kann, zum Beispiel mit einer strategischen Unabhängigkeit der Europäischen Union, wo dann natürlich Fragen von Nicht-Angriffsfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit und so weiter in diesem Zusammenhang auch zu diskutieren sind und auch durch eine linke Partei zu diskutieren sind, so wie du es ja gerade angedeutet hast. Ja, gerade beispielsweise bei dem Konflikt, eventuell aufkeimenden Konflikt, China, USA wegen Taiwan, ja, gerade da habe ich so das Gefühl, okay, vielleicht, je besser man aufgerüstet ist, desto eher hält man den potenziellen Aggressor davon ab, dass der dann auch am Ende angreift. Und eigentlich serviert man ihm nur das Opfer auf dem Silbertablett, wenn man eben dort, ich sage mal, die gewisse Schwäche zeigt. Das, was ich noch akzeptiere, ist den Ansatz, wir versuchen beispielsweise, was die Energiewirtschaft betrifft, unabhängiger zu werden. Und könnte da die Linke nicht zumindest versuchen, wesentlich stärker auch darauf zu pochen, wir brauchen die erneuerbaren Energien, gerade weil wir unabhängig werden müssen. Weil da gibt es tatsächlich so viele Mythen, man sieht es, dass dann auch FDP und CDU versuchen, vor allem Atomkraft zum Beispiel zu pushen, als sozusagen deren Notlösung. Wir wissen alle, vor allem geht es darum, dass Energie auf gar keinen Fall demokratisiert und dezentralisiert verfügbar sein soll, sondern am Ende musst du immer einen großen Konzern haben, der sie dir bereitstellt. Das ist am Ende das, warum Atomkraft dann für sie die Lösung ist, anstatt dass dann jeder Haushalt seinen Solarpanel auf dem Dach hat. Und dass man da viel eher reinbrechen kann. Wir wollen, Atomkraft, da brauchen wir auch das Uran, vor allem dann auch wieder aus Russland und auch wieder aus anderen Staaten, was uns wieder abhängig macht von eben der ein oder anderen Diktatur. Natürlich bei Gas zum Beispiel ist das Gleiche. Und dass man da zum Beispiel so eine Wärmepumpen-Initiative von der Ampelregierung viel stärker unterstützt, aber mit dem Zusatz, wir wollen gerne ein Infrastrukturprogramm. Wir wollen nicht, dass jeder Haushalt das selber anbringen muss an seinem Eigentum, sondern wir wollen ein Infrastrukturprogramm, was den Leuten das Ganze bezahlt, damit dort die Not vor sowas genommen wird. Und gleichzeitig, das hat das Ziel, am Ende energieunabhängig zu werden und günstige Energie, günstige Wärme für die Menschen bereitzustellen. Ja, finde ich total richtig. Die Überlegung vertrete ich auch und teile ich auch. Wir müssen unabhängig werden, was die Energieversorgung betrifft, unter anderem, wie du es formuliert hast, auch von Diktaturen, aber ich glaube vor allem auch natürlich von fossilen Energieträgern, das auch so schnell wie möglich. Das muss letztendlich dann aber auch bezahlbar sein für die Leute, die eben wenig Geld in der Tasche haben. Und das heißt, da muss man tatsächlich über die Struktur des Energiemarktes nachdenken, also das Energiemarkt-Design. Und letztendlich besteht für mich die Antwort darin, dass Energie ein strategischer Schlüsselsektor ist, der unter öffentliche Kontrolle gehört und nicht durch große private Energieunternehmen beherrscht werden darf, die im Grunde genommen auch die Preise festsetzen durch dieses alberne Merit-Order-Prinzip, wo der Strom zum Beispiel sich dann daran orientiert, dass in den teuren Gaskraftwerken produzierte Strom dann den generellen Preis für jede Stromart, also auch für Erneuerbare und so weiter, bestimmt auf den Strommärkten. Das halte ich also für völlig absurd, ehrlich gesagt. Also Dezentralisierung, erneuerbare Energien und vor allem unter demokratische Kontrolle gestellt. Das heißt letztendlich natürlich, dass wir die Macht der großen Energieunternehmen brechen müssen. Ich sehe das auch. Also die strategische Unabhängigkeit im Bereich zum Beispiel der Gesundheitsversorgung, das haben wir ja während der Pandemie gesehen, dass es nicht ausreichend plötzlich medizinisches Gerät gab oder ich sage mal jetzt ein bisschen so zu einfachen Produkten, die man in Krankenhäusern braucht, wie, weiß ich, Mullbinden und sonst irgendwie Zeug, weil einfach die Produktionskapazitäten in Europa runtergefahren wurden, vor allem aber auch Medikamente gefehlt haben, Produktionsstätten, die gar nicht mehr existieren dafür. Also strategische Unabhängigkeit auch bei Gesundheit, das ich auch als einen strategischen Sektor begreife. Oder Nahrungsmittel wäre zum Beispiel ein weiterer Punkt, dass man eben tatsächlich die auch dezentralisiert, wieder die Nahrungsmittelindustrie, da möglichst auch neue Eigentumsformen schafft, um sich aus der Macht der großen Nahrungsmittelkonzerne zu befreien. Also Freiheit von Pharma, Energie, Nahrungsmittelkonzernen usw., die die Preise bestimmen. Das geht für mich in die richtige Richtung. Das hat auch einen sehr, und ich spitze mal zu an der Stelle, sozialistischen Anspruch. Weil es heißt im Grunde genommen, die private Verfügung von Produktionsmitteln aufzubrechen, unter demokratische Kontrolle zu stellen und die Güter allen zur Verfügung zu stellen in der Gesellschaft, und zwar nach ihren Bedürfnissen. Und ich finde nach wie vor, dass das der richtige Weg ist, für den eine Linke in Deutschland streiten sollte. Und machen wir auch. Wenn du das noch nicht so oft wahrgenommen hast, dann liegt das wahrscheinlich darin, dass wir im Moment ja noch daran arbeiten, auch wieder konfliktorientierter, gegnerorientierter, mit einem klareren, wie ich finde auch, kommunikativen Profil in die politische Auseinandersetzung zu gehen. Aber es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir uns mit dieser politischen Kommunikationsstrategie dann auch wieder stärker sozusagen in den Umfragen, also das Spiegel, Umfragen spiegeln ja das Vertrauen der Bevölkerung, wieder dann irgendwann auch wiederfinden. Also dass wir eben nicht bei fünf stehen, sondern dann eben entsprechend auch wieder stärker werden als Linke. Ja, fantastisch. Also das merkt man auf jeden Fall. Es muss, ne, man denkt sich nur, okay, die Zeit läuft langsam davon. Tatsächlich auch für dieses Interview. Deshalb, ja, ich bin froh, dass du Vorsitzender bist. Ich bin froh, dass Janine Wissler Vorsitzender ist. Ich finde, ihr gibt der Linken ein wesentlich professionelleres Image, sage ich mal, ganz provokant, weil das ist genau das, was ich mir für die Linken wünsche. Ich glaube nicht, dass eine populistische Linke am Ende gewinnt. Ich glaube, natürlich muss man hart in die Konfrontation gehen, aber am Ende darf es nicht irgendwo ins Verschwörungsideologische abdriften. Es muss in der weltlichen Politik stattfinden, das, was man fordert. Wir brauchen vernünftige Reformen, die den Menschen am Ende helfen. Und gerade auch zum Beispiel in Österreich ein paar Siege der KPÖ. Natürlich muss man das immer so sehen. Ist immer noch eine ganz kleine Partei. Die hat hier und da mal gewonnen. Aber da haben sie jetzt auch vor kurzem in, wo war das, Linz oder so heißt die Ortschaft? In Salzburg. In Salzburg. Genau, in Salzburg. Auch mit einem nicht irgendwie super provokanten, super, wir kämpfen jetzt hier gegen das krasse Establishment und wir sind die große Alternative, die sind alle korrupt und böse, sondern einen sehr professionellen Auftritt, sehr viel Organizing, sehr viel die Leute mobilisieren für einfach klare politische Positionen und auch klare Reformvorschläge, die nicht irgendwo im Nebel interpretierbar sind. Und genau das hoffe ich, dass wir das natürlich stärker vorantreiben können. Deshalb, ja, vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Vielen Dank für das coole Gespräch. Schön, dass du da warst. Total gerne. Wenn du noch einen letzten Satz an die Zuschauer raushauen möchtest, dann sehr gerne jetzt. Ja, also erstmal, Dara, danke. Hat mir wirklich auch Spaß gemacht. Fand ich ein sehr nettes Format, ein sehr nettes Interview. Und du hast mich auch nicht geschont. Das ist auch gut so. Das muss auch nicht so sein. Und ich wünsche mir einfach nur, dass deine Zuschauerinnen und Zuschauer einfach auch Spaß hatten und vielleicht auch ein bisschen Interesse an linker Politik dadurch nochmal verfestigt worden ist, verstärkt worden ist. Und wenn irgendwelche Nachfragen sind, dann meldet euch einfach bei mir. Freue ich mich drauf. Und ich wünsche dir alles Gute, auch mit deinem Format. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Dankeschön. Ciao. Danke. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.